Er vermeintlich vertrauten. Es wird gesagt, das Volk habe sich gewünscht, dass Stalin ewig lebe und ein Leben ohne ihn sei unvorstellbar. Mag sein, dass das Volk so dachte. Seine engste Umgebung, aber konnte es kaum erwarten, dass er starb. Moskau, 28. Februar 1953. Fünf Tage vor Stalins Tod. Ein ganz normaler Tag im Leben des Josef Vissarionovic Stalin. Wie so oft hatte seine Gefährten in den Kreml beordert, um mit ihnen zusammen einer seiner Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen, Filme gucken. Besonders gern amerikanische Western. Nach der Vorführung geht es zurück in sein geheimes Domizil nach Kunzebo. Die Dacia ist 15 Autominuten vom Kreml entfernt, hunderte Sicherheitsleute an der Strecke. Wie immer sind mehrere baugleiche, gepanzerte Limousinen unterwegs. Keiner weiss, in welchem Fahrzeug Stalin sitzt. Die Route wird wie immer erst im letzten Augenblick von ihm bestimmt. Er selber machte alle Pläne. Als seine Sicherheitsleute versuchten, seine Fahrten von der Dacia zum Kreml zu planen, hat er sie ausgeschimpft. Warum immer derselbe Weg? Wollt ihr mich Attentätern aussetzen? Er verlangte die Route ständig zu wechseln. Die Zufahrt zu Stalins Dacia in Kunzebo. Zehn Kilometer vom Kreml entfernt. Sperrgebiet heute wie damals. Nur wenige kannten den Ort und noch wenige hatten Zutritt. 25 Hektar ist das Grundstück groß. Die Dacia eines Herrschers. Abgeschirmt und bewacht von 120 Wachleuten. Die Inneneinrichtung eher schlicht. Viel Holztäfelung. Ein Leben ohne großen Glanz. Stalins Arbeitszimmer, das er kaum noch benutzt. Ein Gang verbindet das Haus mit einem Nebengebäude, in dem die Wachen untergebracht sind. Von hier aus gelangt man auch in den großen Saal, wo nicht nur gegessen und getrunken wird. Hier wird Weltpolitik gemacht, tags und vor allem nachts. Die Dacia war besonders in den letzten Jahren der wichtigste Ort seiner Herrschaft. Da erschien Stalin immer seltener im Kreml. Er bevorzugte seine Dacia sogar während der schwierigen Kriegszeiten. Der Abend des 28. Februar 1953. Gegen 22 Uhr kommt eine illustre Gesellschaft zusammen. Stalin im Kreise seiner kleinen Ersatzfamilie. Da war Beria, der Kopf der Geheimpolizei. Malenkov, der damals zu Stalins engen Vertrauten gehörte. Khrushchev, der Parteiarbeiter. Und der Militär Bulgarin. Diese vier waren fast jede Nacht hier auf der Dacia. Lavrenti Beria und Nikita Khrushchev. Schon in wenigen Tagen werden sie um die Macht im Sowjetimperium ringen. Noch sind sie nur Randfiguren im Machtpoker des allmächtigen Stalin. Es war nicht so, dass Stalin sich wirklich für ihre Meinung interessierte. Die Viererrunde war so eine Art beratendes Gremium in seiner Diktatur. Das ist die politische Komponente. Es gibt auch die psychologische. Das Bedürfnis eines Menschen, mit jemandem zu sprechen. Stalin hatte einfach keinen anderen, mit dem er kommunizieren konnte. Seine Familie hatte er längst von sich weggeschoben. Essen, trinken, reden. Stalin führt das Wort. An diesem Abend wird über Jugoslawien gesprochen, über den abtrünnigen Tito. Und über den Koreakrieg. Schließlich macht sich Stalin lustig über seine Getreuen. Sie seien alle nur kleine Kätzchen. Wenn er einmal nicht mehr sei, werde der Imperialismus sie zermalmen. Einschüchterung und Verunsicherung. Die Gäste müssen auf der Hut sein. Stalin ist es auch. In der letzten Zeit hatte er einen paranoiden Verfolgungswahn. Er fürchtete ein Attentat. Besonders fürchtete er, vergiftet zu werden. Auch wenn er auf seiner Datscher Khrushchev oder Beria empfing. Wenn Wein in Gläser eingeschenkt war und jeder sein Glas nahm, wechselte Stalin danach immer noch einmal sein Glas. Er trank niemals aus dem Glas, das für ihn bestimmt war. Auch wenn der Wein aus einer Flasche eingeschenkt wurde. Sie lebten unter diesem Druck. Wie in jeder blutigen Monarchie. Wenn der Herrscher etwas entscheidet, kann das dein letzter Augenblick sein. Bulganin sagte zu meinem Vater, als sie zur Toilette gingen. Wenn man zum Abendessen hierher kommt, weiß man nie, wohin man von hier aus gehen wird. Die vier machen sich nicht erst an diesem Abend Sorgen um ihre Zukunft. 5. Oktober 1952, 19. Parteitag der KPDSU. Stalin redet das letzte Mal vor Kameras. Ein kurzer Auftritt, nur fünf Minuten. Stalin sah schlecht aus. Er war ein alter, kranker Mann. Seine Haare waren Licht. Er sprach langsam, mit Pausen. Seine Rede war etwas wirr. Trotzdem leitete er weiterhin das Land. Stalin ist zwar angeschlagen, aber er bleibt der Stählerne. Am nächsten Tag verkündet er den Umbau des Politbüros. Die Aufstockung von 8 auf 25 Genossen. Eine Degradierung der alten Garde. Er hatte sich vorgenommen, die engere Führung auszutauschen. Sie war ihm zu alt. Er brauchte junge Wölfe. Es war typisch für ihn, Kader auszutauschen und regelmäßig Säuberungen durchzuführen. Er wollte so seine Vertrauten verunsichern. Sein Umfeld folgsam machen. Der nächste Paukenschlag folgt wenig später. Am 13. Januar 1953 ist auf der Titelseite der Pravda unter der Überschrift Terroristische Ärztegruppe entlarvt eine unglaubliche Geschichte zu lesen. Zwölf Kremlärzte seien Mörder und Agenten. Die Ärzte hätten gestanden, führende Genossen getötet zu haben im Auftrag westlicher Geheimdienste. Die zwölf Kremlärzte landen in den Folterkellern der berüchtigten Ljubljanka. Sogar Stalins Leibarzt Vinogradov ist darunter. Eine fatale Entscheidung, wie sich bald zeigen wird. Stalin wollte einen Schauprozess gegen die Ärzteverschwörung durchführen. Er wollte ihn ausweiten und damit auch seine alten Parteikameraden erwischen. Er wollte aus einem Kriminalfall einen großen politischen Fall machen. Der Startschuss zu einer neuen Säuberung? Die vier vereint die Angst. Oft genug hatten sie erlebt, wie schnell Stalin Menschen verschwinden lässt. Sie sitzen aber beisammen, als wäre alles in bester Ordnung. In dieser Nacht zum 1. März. Stalin geniesst die Geselligkeit. Sie versuchten, meinen Vater dazu zu bringen, russische und ukrainische Tänze zu tanzen, aber er tanzte diese Tänze nicht. Nicht, weil er nicht wollte, sondern weil er es nicht konnte. Stalin klingelte. Er kommunizierte mit seiner Wache über Klingelknöpfe, die in jedem Zimmer waren. Er wollte noch mehr Wein. Der ganze Tisch wurde neu gedeckt und jetzt kamen die georgischen Speisen. Satsivi, Lobio, also die ganze georgische Küche. Stalin isst und trinkt, als wäre er kerngesund, aber das isst er nicht. Immer seltener tritt er öffentlich in Erscheinung. Nach einem Schlaganfall 1949 konnte er nicht mehr richtig schreiben und war im Prinzip fast arbeitsunfähig. Ab da nahm der Stalin-Kult enorm zu. Er selbst zeigte sich kaum noch bei Veranstaltungen, weil er so schlecht aussah und nur langsam sprechen konnte. Um seine Abwesenheit auszugleichen, wurde der Personenkult dann masslos aufgeblasen. Überall Stalin. Die allgegenwärtigen Stalin-Ikonen kaschieren die Abwesenheit des Diktators. Das Konzept geht auf. Das Volk ist nicht beunruhigt, auch wenn Stalin nicht auf der Tribüne steht. Im Westen aber machen immer wieder Gerüchte, die Runde Stalin sei tot. Die können zerstreut werden, durch demonstrative Auftritte im Bolschoi-Theater. Aber nicht immer ist es Stalin selbst, der da in der Loge auftaucht. Die Stunde der Doppelgänger. Als ich die Loge betrat, sind alle aufgestanden. Ich werde nie vergessen, wie das war, in diesem riesigen Saal. Das Stück hatte noch nicht angefangen. Ich stand da oben und das ganze Publikum unten erhob sich und klatschte. Ich erhob mich auch und klatschte auch ein bisschen und setzte mich dann wieder hin. Die Loge wurde halb verdunkelt, nur mein Profil war zu sehen. Immer öfter kommen die Doppelgänger zum Zuge. Einer von ihnen ist Felix Dadaev. Er ist der einzige, der heute noch lebt. Stalin selbst hatte ihn beäugt und abgenickt. Seither ist er als Stalin im Einsatz. In der Oper, bei Paraden und bei anderen Gelegenheiten. Natürlich hatte Stalin Angst vor einem Attentat. Die Wagen waren gepanzert. Ich hatte die Anweisung bekommen, im Fall der Fälle nicht aus dem Wagen auszustehen. Ich saß immer im echten Auto. Alles um mich herum, der Wagen, die Wache, alles war echt. Nur ich war getürgt. Mein Vater erzählte, dass es ein ganz gewöhnlicher Abend war. Sie saßen zusammen, Stalin schien bei guter Laune und er scherzte. Auch mit meinem Vater. Er war beste Dinge. Morgens um halb fünf verabschiedete Josef Vissalionowitsch seine Gäste. Das war eine regelrechte Zeremonie. Er begleitete sie immer bis zum Ausgang und der Hauptwächter schloss hinter ihnen die Tür. Die Gäste fahren ab. Stalin zieht sich zurück in seine Gemächer. Sonntagvormittag, 1. März. Stalin klingelt nicht zur gewohnten Zeit. Die Wachen werden langsam unruhig. Stalin wachte normalerweise so gegen 11 Uhr auf. Die Wachen warteten also auf sein Klingeln. Doch er klingelt nicht. Es ist 12 Uhr, es wird 13 Uhr, es ist 15 Uhr nachmittags und sie fangen langsam an, sich Sorgen zu machen. Die Wachen trauen sich aber nicht, in Stalins Gemächer zu gehen und nachzusehen. Denn die Zimmer des allmächtigen Diktators unaufgefordert zu betreten, ist strengstens verboten. Stalin selbst hat das so angeordnet. Das Personal hatte Angst. Es befand sich in einem permanenten Angstzustand. Eine falsche Bewegung, eine falsche Handlung oder auch eine korrekte Handlung, die ihm nicht gefiel, konnte mit der Erschießung enden. Die Menschen fürchteten sich mit der Tür zu knarren, mit Schuhen zu klacken. Alle Regeln und Abläufe für das Haus waren von Stalin höchstpersönlich angeordnet worden. Niemand konnte diese Regeln verändern. Das Sicherheitssystem war absolut. Es gibt allerdings keine Vorkehrungen für den Fall, dass Stalin das Bewusstsein verliert. Wenn Sie sich die Stalin-Ära einmal vorstellen, was meinen Sie, was es bedeutet hätte, so etwas aufzuschreiben wie, wenn Genosse Stalin hilflos auf dem Boden liegt? Unmöglich. Niemand hätte es gewagt, so etwas zu schreiben. Dieser Fall wurde überhaupt nicht erwogen. Aber genau dieser Fall ist eingetreten, an diesem 1. März. Stalin liegt hilflos am Boden. Die Zeit verstreicht. Gegen 19 Uhr kommt, wie immer, die Kreml-Post in Kunzeburg an. Die muss stets schnellstens zu Stalin geschafft werden. Eine Chance für die Wachmannschaft, etwas zu unternehmen. Aber niemand traut sich. Einer muss es tun. Die Wahl fällt auf den Wachmann, Lugatschow. Erst kurz vor seinem Tod wird er offenbaren, dass er es war, der Stalin hier im kleinen Saal gefunden hat. Lugatschow rannte zu ihm hin und rief, Yosef Vissalinovich, was ist passiert? Stalin konnte noch hören, aber nicht mehr sprechen. Er erhob seine Hand, sagte etwas, zzzz, dann fing er an zu schnarchen. Zu dritt haben sie ihn dann aufgehoben und auf einen Sofa gelegt. Unter ihm war eine Lache, er hatte sich eingenässt und dieses Zzzz und die gehobene Hand bedeuteten vermutlich, dass ihm kalt war. Stalin wird in den grossen Speisesaal getragen. Die Wachen zwischen Ratlosigkeit und Angst. Schliesslich versuchen sie, die vier Getreuen zu verständigen. Es gelang ihnen, Beria zu erreichen. Der Ort, an dem er und die anderen aus Stalins engstem Kreis wohnten, war 15 Minuten von der Datsche entfernt. Es dauerte aber zwei Stunden, bis sie kamen. Stalin liegt da und schnarcht. Beria sagt, der schläft doch nur. Die Wächter fangen an, sich zu rechtfertigen, dass sie ihn auf dem Boden gefunden hatten und dass der 73-Jährige in einer Urinlache lag. Aber Beria sagt darauf nur, Josef Vissaryonowitsch schläft, stört ihn nicht und belästigt auch uns nicht. Und daraufhin sind alle wieder abgefahren. Man kann die Wachen verstehen. Sie hatten Angst, einzutreten, sich einzumischen. Sie hätten doch alle erschossen werden können. Aber Beria, der hätte sofort Ärzte rufen müssen. Doch für Beria und die anderen war es naheliegender, an sich selbst zu denken und nicht ihr Leben zu riskieren, indem sie Stalin weckten und sagten, wir werden Ärzte holen. Sie hatten jetzt schon gegen alle Regeln verstoßen. Sie kamen uneingeladen in die Datsche und sahen diesen Gott in solch einem Zustand. Niemand durfte ihn so sehen. Das war undenkbar. Stalin wurde gewissermaßen Opfer seines eigenen Systems. Erst am Morgen des 2. März werden endlich Mediziner nach Kunzeur beordert. Kurz vor 8 Uhr treffen sie ein. Die Ärzte hatten Todesangst. Erstens waren sie fürchterlich erschrocken, weil sie diesen Gott oder Teufel sahen. Und zweitens wussten sie sehr genau, was gerade mit ihren Kollegen geschehen war. Sie wussten also nicht, ob sie von hier wieder nach Hause gehen würden oder ins Gefängnis. Die Diagnose Hirnblutung, also Schlaganfall. Darüber gab es keine Zweifel. Teil-Lähmung des Körpers, Atemnot. Die Behandlungen fanden ausschließlich hier statt. Er sieht nicht gut aus für den Unsterblichen. Sein Zustand ist kritisch. Doch das Wettler wird nach Kunzeur gerufen. Fotos aus einer glücklichen Kinderzeit. Die Familienbande aber sind längst zerrissen. Stalin duldet kein Privatleben. Auch der Sohn Vassili taucht in der Datscha auf, wie so oft betrunken. Und er beschimpft die Ärzte als Mörder. Aber noch ist Stalin am Leben. Die Atmung ist unregelmäßig. Die Hirnfunktion ist gestört. Der Blutdruck viel zu hoch. Kaum einer im großen Sowjetreich ahnt, in welcher Verfassung sich Stalin befindet. Doppelgänger Felix Dadaev wird von einer Reise nach Moskau zurückgerufen und erfährt früher als die anderen, dass Stalin krank ist. Ich kam am 3. März in Moskau an. Mir wurde gesagt, dass ich mich frei bewegen darf, aber nur mit einem Begleiter. Alles weitere würde später erklärt werden. Und dann wurde gesagt, dass ich wahrscheinlich wieder Stalin spielen muss, weil er schwer krank ist. Warten. Wieder in die Maske des Tyrannen schlüpfen? Nichts dringt nach außen. Nicht einmal der Sohn des Stalin-getreuen Khrushchev erfährt etwas über den Schlaganfall, obwohl sein Vater ständig in Kunzebo ist. Mein Vater hat mir nicht erzählt, dass es Stalin schlecht ging. Sie hielten es geheim. Es war einfach ein Tabu, darüber zu sprechen, was mit ihm passierte oder passieren könnte. Stalin war sehr argwöhnisch. Und so habe ich erst aus den Zeitungen erfahren, dass er krank ist. Am 4. März wird die Erkrankung Josef Vissarionovic Stalins bekannt gegeben. Auf der Titelseite der Pravda wird vermeldet, in der Nacht zum 2. März erlitt Genosse Stalin, als er sich in Moskau in seiner Wohnung befand, einen Schlaganfall. Zur Behandlung wurden die besten Ärzte herangezogen. Ein knapper Text und ein paar Unwahrheiten. Stalin liegt nicht im Kreml, sondern in seiner Datscha. Und die besten Ärzte sitzen nicht am Krankenbett, sondern in den Folterkellern. Das waren zwei kleine Lügen, die fielen ihnen leicht. Eine andere Sache aber war das mit dem Datum. Wann Stalin seinen Schlaganfall erlitt, da konnten sie nicht einfach die Wahrheit berichten. Denn dann hätten sie erklären müssen, warum es so lange gedauert hat, bis die Ärzte kamen. Deswegen wurde gesagt, dass er erst am 2. März den Schlaganfall bekam. Ansonsten sind die Beuilletins korrekt und erstaunlich detailliert. Körpertemperatur, Puls, sogar das Ergebnis der Urinprobe wird vermeldet. Eine der ersten therapeutischen Maßnahmen besteht darin, dem Diktator Blutegel im Nackenbereich anzusetzen. Was hätte man heute gemacht? Künstliche Beatmung. Er wäre an alle möglichen medizinischen Apparate angeschlossen worden. Und was hat er gekriegt? Blutegel. Das ist die übliche Behandlung für die russische Oberschicht gewesen. Katharina die Große zum Beispiel wurde bei einem Schlaganfall mit Blutegeln behandelt. Blutegel. Das ist auch das erste Mittel der Volksmedizin, das bei einem Schlaganfall helfen soll. Das ist kein Surrealismus. Das ist ein altes russisches Mittel. Blutegel. Wir lieben sie. Ja, sie trinken Blut. Aber nicht zu vergleichen mit Josef Vissarionowitsch. Er hat viel mehr Blut getrunken. Gruppenbild mit Stalin. Die Zeit für solche Aufnahmen scheint nun abgelaufen. Die vier getreuen Stalins haben jetzt das Sagen, wenigstens solange der Tyrann hilflos auf dem Sofa liegt. Diese Leute wollten, dass er für immer geht. Aus zweierlei Gründen. Die Angst um das eigene Leben, es wäre ja möglich, dass Stalin sie absetzt und verfolgt. Das zweite, sie wollten selber an die Macht. Sie ahnten, dass Stalins Tage gezählt waren. Wozu das hinaus zögern? Sie wollten, dass er stirbt. Sie haben zwar nichts getan, um ihn zu töten, aber sie haben auch nichts getan, um ihn zu retten. Das ganze Land verfolgt die Meldungen über den Krankheitsverlauf. Die Menschen sind erschüttert. Der Unsterbliche krank. Womöglich so krank, dass er sterben könnte? Unmöglich. Der Stalin-Kult erwirkt. Viele hätten ihr Leben dafür gegeben, nur um Stalin das Leben zu erhalten. Sie waren bereit, ihr eigenes Leben zu opfern, nur damit er lebt. Verstehen Sie? Es war ein Erfolg der Propaganda, aber es waren auch seine Leistungen als Führer dieses Landes. Die Filmbilder haben sich eingebrannt. Für Stalin, für das Vaterland. So waren die Soldaten in den großen vaterländischen Krieg gezogen. Stalin das Symbol des Sieges und der Stärke. Wenn Churchill über Stalin sprach, betonte er, dass Stalin das Russland des Holzpfluges übernahm und es als atomare Supermacht zurückließ. Das hat Churchill gesagt. 5. März. Die Ärzte können nichts mehr tun. Die vier Getreuen stellen sich auf Stalins baldiges Ende ein. Als klar wurde, dass Stalin stirbt, begann es brenzlig zu werden. Beria bildete ein Lager, Khrushchev das andere. Und beide versuchten, Verbündete auf ihre Seite zu bringen. Seit 20 Uhr tagt das Politbüro im Kremi. Ämter und Posten werden neu verteilt. Georgi Malenkov wurde zum Vorsitzenden des Ministerrates ernannt. Noch zu Lebzeiten des amtierenden Vorsitzenden. Der König war noch nicht tot. Und es war noch zu früh zu rufen, es lebe der König. Beria wird der mächtige Chef des Geheimdienstes. Khrushchev, Sekretär des ZK. Nikolai Bulgarin, der Vierte im Bunde, wird Verteidigungsminister. Wenige Minuten nach 21 Uhr ist die Sondersitzung zu Ende. Beria, Khrushchev und die anderen machen sich auf den Weg zurück nach Kunsau. Sie treffen dort ein, kurz bevor Stalin stirbt. Tochter Svetlana erlebt den Tod des Vaters im Kreise der versammelten Politführung. Er öffnete die Augen. Es war ein furchtbarer Blick, halb wahnsinnig, halb zornig, voll entsetzend vor dem Tode. Dann hob er plötzlich die Hand und wies mit ihr nach oben, drohte uns. Im nächsten Augenblick riss sich die Seele vom Körper los. 21.50 Uhr, 5. März 1953. Stalin ist tot. Wer wird sein Erbe? Bereits 25 Minuten nach dem letzten Herzschlag Stalins versammeln sich die Politbüro-Mitglieder wieder im Kreml, im Büro des gerade Verblichenen. Die Trauerfeier muss organisiert werden, die Meldungen müssen besprochen werden, das Volk muss beruhigt werden. Vor allem aber müssen die Rivalen im Auge behalten werden. Noch ist nichts entschieden. Noch scheint keiner der Kontrahenten stark genug, um sich als Stalin-Nachfolger durchsetzen zu können. Sie haben sich an diesem Abend die Funktionen ganz bewusst so aufgeteilt, dass erst einmal kein neuer Diktator an die Macht kam. Der Chefredakteur der Pravda, der ins Büro einbestellt wurde, bemerkte, dass der Stuhl Stalins am Tisch leer blieb. Dort hat niemand gesessen. Sie waren sich am Anfang einig, dieser Stuhl soll leer bleiben. Sie alle zusammen waren Genosse Stalins Nachfolger. Die Formel dafür heisst kollektive Führung. Ein Zauberwort, das Geschlossenheit vorgaukeln soll. Einigkeit und Stärke, nach außen und innen. Hinter der Fassade aber brodelt es. Alle im Führungszirkel fürchten Beria. Ihm unterstehen Polizei und Geheimpolizei. Damit hatte Beria die besten Karten zu diesem Zeitpunkt, denn es war ein Polizeistaat in Stalin. Er hat sich das Amt des Geheimdienstchefs unter den Nagel gerissen. Und das hat die anderen erschreckt. Alle dachten nun, er würde die Rolle des Diktators übernehmen wollen. Vielleicht nicht gleich, aber irgendwann bestimmt. Khrushchev scheint mit seinem neuen Posten als Sekretär des ZK fast ein wenig im Abseits. Nominell rangiert er weit hinter Beria und Malenkov. Es war kein besonders mächtiges, übergeordnetes Amt. Aber es wurde halt so entschieden, dass er Stalin in diesem Amt ersetzte. Genau wie Malenkov ihn als Regierungschef. Und dann hängt es von einem selbst ab, wie man mit der Macht umgeht. Was man mit dieser Macht tut. Als Stalin 1921 Generalsekretär des ZK wurde, dachte auch jeder, das wäre keine wichtige Position. Nach draußen dringt wenig von dem Gerangel um die Macht. Die Menschen haben genug damit zu tun, Abschied zu nehmen von Stalin. Bereits Stunden nach seinem Ableben liegt der tote Diktator aufgewahrt im Zentrum Moskaus. Von überall machen sich die Menschen auf den Weg hierher. Es war eine Tragödie. Das Volk hat nicht etwa nur geweint. Es hat gestürmt. Dadaev wird noch einmal aktiviert. Er soll sich bereithalten für den Einsatz als toter Stalin. Für Dreharbeiten zu einem großen Farbfilm über Stalins Beisetzung. Der Filmregisseur sprach mit mir. Er sagte, dass ich eventuell als Stalin-Double eingesetzt werden solle. Ob ich in der Lage dazu wäre. Als ich das hörte, sagte ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt kann. Ich war sehr aufgeregt. Dadaev kommt nicht zum Einsatz. Die Kameras filmen den echten Toten. Die Farbaufnahmen zu dem letzten großen Stalin-Kultfilm laufen ohne Probleme. Die Trauerprozession zieht am Original vorüber. Wir waren erschüttert und verunsichert. Wir wussten nicht, wie es weitergehen wird. Wer uns führen wird. Wir waren der Meinung, dass es keinen geeigneten Mann dafür gab. Wir kannten keinen anderen. Wir wussten nicht, wie wir ohne Stalin weiterleben sollten. Wir wussten nicht, wie wir ohne Stalin leben. Tag und Nacht. Das war wohl einer der kontrastreichsten Tage überhaupt. Die einen weinten, die anderen waren erleichtert. Es ist klar, dass Menschen, die verfolgt wurden und die Familien dieser Menschen, die den Druck des Stalin-Regimes am eigenen Leib erfahren hatten, an dem Tag aufatmen konnten. Auch meine Eltern reagierten völlig unterschiedlich. Meine Mutter hat geweint und mein Vater war erleichtert. Meine Mutter wusste nicht, was in Kreml vor sich ging. Mein Vater aber hat im Kreml gearbeitet, als Dolmetscher Stalins. 9. März. Vierter und letzter Tag der Trauerveranstaltung. Der Sarg wird ins Mausoleum gebracht. Vorne links, an der traditionellen Stelle des Nachfolgers, hat Beria sich eingefunden. Ein eindeutiges Signal. Beria war hart, initiativreich, clever. Er hatte keine besondere Ausbildung, wusste aber, wie man seine Ziele unter den gegebenen Voraussetzungen in diesem System erreichen kann. Er war ein guter Organisator. Sehr energisch. Nicht nur ein Parteifunktionär. Die anderen Politiker verstanden, dass sie alle zum Untergang verurteilt sind, wenn Beria an die Spitze gelangen würde. Mein Vater hat sich dann als Erster entschieden, sich dem entgegenzustellen. Noch werden Einheit und Geschlossenheit demonstriert, bei den Trauerfeierlichkeiten auf dem Roten Platz. Die Inszenierungen der kollektiven Führung verraten nichts von den erbitterten Kämpfen um die Macht. Nikita Khrushchev als Chef des Trauerkomitees eröffnet die Veranstaltung. Kontrahentler Vrenti Beria hat deutlich mehr Redezeit auf dem Podium des Lenin-Mausoleums. Dass Stalin einbalsamiert fortan neben Lenin aufgebaut werden soll, ist einer der letzten einmütigen Beschlüsse der kollektiven Führung. Der Kampf um die Nachfolge geht weiter über Wochen und Monate. Dann endet er völlig unerwartet mit dem Sturz Berias. Ich denke, sein Fehler war nicht, dass er Khrushchev unterschätzte, sondern dass er zu früh dachte, er hätte gewonnen. Als Beria Ende Juni zu einer Politbürositzung im Kreml vorfährt, ahnt er nicht, was ihn erwartet. Er wird festgenommen, seine Ämter enthoben, angeklagt als Verräter an der Partei und als britischer Spion. Die Genossen wollen kein Risiko eingehen. Der siegessichere Beria, acht Monate nach Stalins Tod, wird er erschossen. Beria war der letzte, der nach stalinischer Manier liquidiert wurde. Khrushchev ist der Triumphator, der strahlende Sieger im Kampf um die Nachfolge. Noch aber ist der tote Stalin allgegenwärtig. Noch strömen die Massen zum Mausoleum auf dem Roten Platz. Ich war auch im Mausoleum. Ich habe alle um mich herum angeschaut und gedacht, wenn ihr doch nur wissen würdet. Das war mein innerer Zustand. Wenn ihr nur wissen würdet, wer hier neben euch steht. Das hat mich lange nicht losgelassen. Mein großes Geheimnis. Es wird dauern, bis Khrushchev sich von Stalin löst. Eine seiner größten Leistungen wird schliesslich darin bestehen, den Übermächtigen vom Sockel zu stossen. Drei Jahre nach dessen Tod, auf dem 20. Parteitag der KPDSU, rechnet Khrushchev mit Stalin ab. Entlarvt ihn als einen der größten Verbrecher der Geschichte. Als ich erfahren habe, wie viele Menschen unter Stalin gestorben sind, habe ich meine Meinung über ihn geändert. Ich habe meinen Bart abrasiert. Ich wollte nicht, dass etwas an mir an Stalin erinnert. Deshalb habe ich meinen Stalin-Bart abrasiert. Immer, wenn er mal nachgewachsen war, habe ich ihn gleich wieder abgenommen. 1961 lässt Khrushchev Stalin aus dem Mausoleum, dem heiligen Schrein des Sowjetkommunismus, entfernen. Nun ist er nur noch einer von vielen an der Kreml-Mauer. Der letzte Akt seiner Entzauberung. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020